Die Dädra... Nö, Oblivion. So. Wir gehen... Willkommen übrigens, hallo. Wir gehen nach Choral... 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 Dort gibt es schöne... Äh, passt da, ne? Wie sind die Dinger? Ah, dort gibt es schöne Tacos. Schöne, feurige Tacos. Brennen im Rachen. Bäh! So. Ach, guck mal. Das ist doch Grafik, ne? Das ist... Das nennt sich jetzt 4K. Ne, das ist 8K. Das ist so... So scharf, dass man das nicht mal... Scharf sehen kann. So scharf ist das. 4K und 8K sind vollkommener Schwachsinn in meinen Augen. Braucht man nicht. Futter, die reicht. So. Oh, ein Schwert. Oh, Feuer war schneller. Schwert raus. Schwert rein. Schwert raus. Schwert rein. Na. Zu klein die Frequenz. Schade. So. Na ja, immerhin. Wir haben ein neues Schwert. Das ist schon mal nicht schlecht. Ihr habt Ziel gefunden. Ne. Festung Arsch. Festung Arsch. Festung Arsch. Schnee. Nee. Oh Gott, das geht auch noch rein. Oh Gott, ist das dunkel. Ich habe prinzipiell jetzt schon wieder Angst. Okay. Wozu immer das gut ist? Ich habe sie gesehen. Die Detra. Da sind offenbar die Detra schon unterwegs. Durch die Oblivion Tora. Dann dürften die schon auf sein. Und ich habe gehört, es ist nicht nur eins, sondern es sind mehrere. Wie ein ganz zu rote Hede. Kada. Kada, kada. Oh, ist noch einer? Nee. Aber. Alter, du bist niemals so gut. Ich sterb. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Das habe ich aus dem Endscreen gesehen. Hey, in der Truhe. Äh, hä. Ne. Huch, stockt. Für mich hat, äh, bei den Truhen mit ab zwei, äh, Pins die Geduld, habe ich da verloren. Auch, danke für den Trip trotzdem. Ähm, an denjenigen, der schrieb in den dritten oder ersten Part. Ähm, wann soll die nachher in einer hoch halten? Die halten sich nicht lang genug. Und. So. Er ist noch glaube ich nicht getroffen. Der zweite schon. Ne, und außerdem ist die Steuerung so ziemlich schwammig. Und ich kann sie leider nicht mit was anderem steuern. Als mit der Maus. Das habe ich ausprobiert. Also, nö. Ah. Kreislauf. Gut, dann schaue ich mal eben unten nach. Die habe ich schon gelootet, ne? Oh, da, 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 da. Alter, was für eine fiese Falle. Wo sind die über die Druckplatte? Alter, schon der zweite Schocker. Uff, uff. Wer am Fuß getroffen hätte, sag ich auch nur uff. Macha! Fick dich! Oh, Streitkoll. Ich glaub der Streitkörper ist schon ganz gut. Ja, den nehm ich. So. Ganz schön wuchtig. Naja, halten wir das mal fest. Es ist immerhin die Möglichkeit zuzuschlagen. Und die macht dann ordentlich Damage. Mann, die Fallen sind ja bescheuert. Ich hab's noch ne bessere Möglichkeit gefunden. Ähm... Ich glaub das sind die normalen Haidränke. Hier die Schw... Dr... D... L... W... Die kommen bei mir auf die... Acht... Ist auch ne neun? Ne. So, da wird keine Fall mehr. Ich krieg Angst davon. Hallo. Komm her. Ach, so ne Niete. Ach, so ne Niete. Ja... Kann ich die entschärfen? Hier soll ja eigentlich nicht getroffen werden. Ich hebe mal meine ganzen Pfeile auf, die ich hier verschossen hab. Mit anderen Worten eins. Mist. Mh... Vierer nur. Okay. War ja nicht so stark. Ich seh von der Hälfte des Bildschirms nicht, weil der die Keule vorhält. Pfff. Ja, auf gut Glück. Daneben. Ich hab daneben geschossen. Toll, ich hab dagegen geschossen. Man merkt jedenfalls, wann man, äh, entdeckt ist. Oh, Feuer tut weh. Man brennt also. Okay. Das Game funktioniert nicht. Oh, in diesem Spiel stelle ich mir Gift auch sehr schlecht vor. Fahle? Ne. Bin ich denn hier? Da geht's noch irgendwo hin. Große Forst. Das ist der Bruder von Horst. Oh Gott. Ne, warte mal. Von dort kam ich. Hab ich den Kreislauf geschlossen? Ja. Hab ich. Und zwar muss ich hier nochmal hin. So, und ab hier hab ich Freibahn nach vorne. Hier sind ja alle tot. Alter. Das hält mein Herz nicht aus. Das Spiel macht schlimmer als Amnesia. Das ist das Problem. Ey. Wer braucht schon Outlast? Oblivion. Schafft das innerhalb. Zweimal innerhalb einer Folge. Das schafft nicht mal Skyrim. Ich hab genau gewusst, dass ich mich erschrecke. Geht einfach das Licht aus. Fuck you Spiel. Alter. Ich hasse das Spiel jetzt schon. Ich mach das wie Funk Royale. Ich brauch bald Mut Cola hier. So. Wo ist Norden und Süden? Warum geht hier das Licht aus? Bitte. Das ist noch... Super. Das ist einfach meine Fackel, die ausgegangen ist. Oh. 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 Joeern repetiert jetzt nicht. Oh. Das ist einfach meine Fackel, die ausgegangen ist. Oh. Oh. Okay. Und dann was ja ja. Oh, oh. Ich schäme mich jetzt dafür, dass ich mich erschrocken habe, weil meine Fackel ausgegangen ist. Das kann doch nur stief gehen. Wow, wo kommst du denn her? Tu mal nicht so, als wärst du schnell. Wie ich mich so unsicher, wie ich die einfach auslasse, wie ich mich so unsicher in eine Richtung stelle. Türenrätsel. Toll. Türenrätsel. 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 Ich habe Angst vor dem, was kommt Ich habe sogar sehr große Angst Weil das Musik ist, ach, das Spiel ist ein Elvenspiel in Dungeons Ob ich in der nächsten Folge noch lebe Ob die nächste Folge wahrscheinlich die letzte sein wird Erfahrt ihr dann in der nächsten Folge Bis dann Untertitelung des ZDF, 2020 Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann